Hallo und herzlich willkommen bei Kabot.de. Wir zeigen euch, wie ihr einfach das Sony Xperia Z1 Compact Platine austauscht. In der Videobeschreibung findet ihr die dafür notwendigen Ersatzteile und Werkzeuge, welche ich ebenfalls verwende. Also nehmt das Werkzeug in die Hand und lasst uns anfangen. Wir nehmen einen gewöhnlichen Haarfön und erhitzen das Backcover, damit der Kleber erweicht ist und wir das Backcover leichter entfernen können. Mithilfe einer Spielkarte sowie flachen Werkzeug gehen wir unter das Backcover und trennen so die erweichte Kleberverbindung. Danach heben wir das Backcover vom Mittelrahmen mithilfe eines Saugnapfels. Die Akkuverbindung sowie eine Schraube der Akkuhalterung wird gelöst. Anschließend entfernen wir den Akku aus dem Gehäuse. Wir lösen die vier Schrauben, die den Mittelrahmen festigen. Danach lösen wir die Verbindung des Vibrationsmotors aus der Platine. Aufgrund der Wasserdichtigkeit müssen wir trotz der gelösten Schrauben den Mittelrahmen mithilfe eines Opening Tools lockern, indem wir damit vorsichtig alle Kanten etwas anheben. Jetzt ist es möglich, den Mittelrahmen vorsichtig anzuheben und die Dichtung zu entfernen. Anschließend säubern und entfernen wir die Reste der Dichtung vom Mittelrahmen. Die Kameraabdeckung nehmen wir ab. Nun lösen wir vorsichtig die Lautsprecher-Einheit aus der Platine. Danach lösen wir die Kartenleserabdeckung. Wir lockern nun die Platine, indem wir mit einem Öffnungstool alle Kanten vorsichtig anheben. Beachtet hierbei die Platine nicht sofort zu entfernen, da unten drunter zwei Flexverbindungen noch gelöst werden müssen. Jetzt ist es uns möglich, die Platine etwas anzuheben und mit einem Tool die unten drunter liegenden Flexverbindungen zu lösen. Die Platine wird nun installiert. Dabei müssen wir darauf achten, dass die drunter liegenden Flexverbindungen sich mit der Platine verbinden. Vorsichtig legen wir so die Platine an ihrem Platz. Um die Wasserdichtigkeit weiterhin gewährleisten zu können, verkleben wir eine neue Dichtung auf den Mittelrahmen. Damit der Mittelrahmen fest an seinem Platz sitzt, drücken wir nach der Fiktion gleichmäßig an alle Kanten und Ecken. Nun schrauben wir alle vier Schrauben für die Befestigung des Mittelrahmens fest zu. Anschließend verbinden wir den Akku und schrauben die eine Schraube zu. Danach einigen wir den Mittelrahmen sowie das Backcover vor dem Einsetzen mit Alkohol, damit die Verklebung hält. Nun fixieren wir das Backcover an seinem Platz. Um die Wasserdichtung weiterhin zu gewährleisten, erhitzen wir das Backcover, damit der Kleber drunter einweicht. Danach drücken wir es an allen Ecken und Kanten fest zu. Und tun für ca. eine Stunde etwas schweres auf das Backcover. So Leute, nun haben wir eigenständig eine Platine Reparatur vorgenommen. Falls euch unsere Videoanleitung gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo unseres kaputt.de Kanals freuen. Wenn ihr unsicher seid, ob ihr diese Anleitung eigenständig durchführen könnt, habt ihr die Möglichkeit auf kaputt.de einen freundlichen Dienstleister in eurer Nähe zu finden, dem ihr diese Arbeit abgeben könnt. Ich wünsche euch einen unkaputtbaren Tag und freue mich auf ein Wiedersehen. Bis dann!